ja ja also sicher ja also wirklich ich meine so eine aktion so wie mit dem lootjob darf da nicht passieren und dass wir die ganze zeit zusammenbleiben dass du dich nicht einfach verpisst und so aus denkst du du kannst aus jetzt wird jetzt viel tag auch von w3 und so also ja weil wir haben so überlegt so man müssen versuchen auf die ein oder andere menschen zu gehen wir haben ein teamkollege kommt er checkt also nix er checkt also nix hinter dir Lukas, hinter dir der absteht dich jetzt, ne der belebt sich immer wieder nice warte was ist das für ne Runde was ist das für ne Runde alter uns kommt mal bitte einer zu mir da wir brauchen eine dringende Unterstützung ach der, ihr seid tot Mayday, Mayday amt tot noch klar, dass wir in den Runden brauchen noch einer Lukas rettet mir hier so n Arsch und so kurz gesagt alter, was ist da los ich hab 5 kills nur durch dich jetzt gemacht der, was hättest du so geballert boah ich hab dir die Lukas hier ab alter ich hab mir hier den Milch also Munition hab ich jetzt erstmal genug, ja siehst du die lila der Pump dahinten, Lukas sieht schon sexy aus, oder? das ist das mein Ziel jetzt, ja ach du scheiße das ist der... der kommt hoch, der kommt jetzt hoch nein der ist unten und der finischt sich der war schuld, alter das war eh die Kackhunde für mich, alter der ist da unten der ist aber low, der hat nen Hit von mir das ist das ist die Bimbo Taktik das ist das ist die Bimbo Taktik das sicherlich das sicherlich der ist die die hat ist die die das ist der hat einfach eine random 4 er wollte es wissen oh jump hat nichts Achthelz Leute Nein Warte ich tanze so Digga was denkt der jetzt Digga Oh! Ich bekomme noch mehr als hier! Er rennt weg, er rennt weg! Über dir! Ich bekomme noch ein paar Zähler animator, oder nicht? Wir wollen wenige einfach nur noch leben! Dass ich jumpen kann, ja? Ok, ok! Was heißt man drauf, ich hab neun Quills hier. Geht schon der. Aber dafür hab ich dann wiederum nicht die Ausrüstung. Weil ich kein Lifehub. Für mich ist folgendes auch so ne Sache. Aber wär schon cool ne. Oh, hoi. Hello mothafucka. So. Darauf ist erstmal n Ründchen chillen. So und heute seht ihr die Geschichte vom Beats. In der Zeit stimm ich mich und guck mal auf, was im Video angekommt. Na okay. Das war auf jeden Fall mein Video. Die müssen doch kommen oder nicht? Da hinten ist mal ein Jumppad, der... Ich will die Kills haben. Können die jetzt mal bitte kommen? Oh. Okay, okay, okay. Ich seh's. Die bauen sich daher hoch. Das sind die aber, oder? Das sind die nicht. Das sind die nicht. Da ist kein... Da ist kein Reisender dabei. Da. Da kommen sie. Da kommen sie. So mein guter... Ja klar. Hört auf mir die Kills zu klauen. Okay. Ja klar. wenn man sich da besser sehen würde egal dann machst du einfach den hier das ist so mies wenn die jetzt so ein stummer fachs werden das sind aber meine boys aber was das problem ist ich muss da hin gegen den leben seit unter mir da ich weiß was 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 verbände noch die picture die ja und sie wollte das nicht glaubt mir das doch ihr wisst das genauso wie die anderen auch ihr verkackt das doch eh nur auf dem schaumbrett so denn warst du der rechts hoch oder so so das Problem ist dass die jetzt wissen wo ich bin aber ich nicht genau weiß wo die sind ich weiß nur dass die von da von der richtung kam wobei es jetzt auch nicht so schlimm sehen würde wenn ich jetzt verrecke ich hab mich gut verteidigt das sind noch genauso viele leute übrig wie du kills hast ja aber er noch mal ein record ja von mir von mir der record seht ihr das jungs hier kann ich hier nicht drüber springen die Frage ist wer war nicht hier die Frage ist wer war nicht hier um es zu um es zu holen eine meine e-tale war noch frei ok Alter man da mal keine gegner sind dann weiß ich aber auch nicht mehr weiter nein ja Jungs ich geh aber auftan also zumindest AFK bist du flogig da also alles jooo also bis später 4 Oh, das sind Fächer. Das war ökter Ferienbruder, war das. Hello, Lukas, du bist ja gar nicht gestorben, die Wunde war ja so. Aua, Aua, 16 Kills. Manners. Nein, 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 das ist nicht mein Rekord. Mein Rekord ist 19. Ah, scheiß drauf, oder? Der, oh mein Gott, der. Ich weiß nicht, aber ich hatte auch so viel Lack gerade, dass ich in den One-Shot gegeben habe. Nein, du hast das Lack, dass der einfach hochgelaufen ist, so nichts zu dir. Der Wundernsohn. Der Wundernsohn. Nein, 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 abbauen. Immer ein bisschen Holz. Der ist so schön. Ich dachte, du machst das wäre aber zu krass, der. Nichts ist unmöglich, solange du wild bist. Nee, geht das so? Wir sind... Ja, macht's mal fuck, Alter. Keine Ahnung, war lauer Quark. Nee, nichts ist unmöglich, Toyota. Sowas. Nee, aber was war das noch von den wilden Kerlen, Alter? Ich weiß es nicht mehr. Alles ist gut, solange du wild bist. Ja, stimmt. Aber hier werde ich schon gerne. Ja, ich werde jeden Werfer bekommen. Fast. Madkit wäre schon... Ich hätte schon gerne 100 Leben, der. Mach mal den Cran-Shot, Digga, und mach Double MP. Bissch. Gleichste 400 Meter Snipe. Da oben in der Base. Oh, lol. Wo in der Base? Ich hab's nicht gesehen. Hier, Dreck? Da? Digga, da. Nein. Ja, da, da, da. Warte. Immer nach oben, da siehst du die Base auf dem Berg. Warte. Wo? Da? In welche Richtung? Rechts, warte. Ja, ja, genau. Ja, in die Richtung, so links. So ein bisschen nach links in die Richtung. Da auf jeden Fall ist so ein Berg, oder so ein Hügel, und da hast du eine Base drauf. Genau auf dem Hügel, da. Guck, rechts. Hinter diesem Ding drauf. Hinter diesem, kannst du jetzt nicht sehen, weil das... Ja, da siehst du das. Hast du gesehen? Ich hab keine Lage vor, ne. Ähm... Da haben sich noch vier Leute. Ich bin alleine, ne? Na gut, das heißt, es sind aber noch andere. Ein Viererteam, ne? Das ist schon mal safe. Ja, was weiß ich, wo die anderen sind, weißt du, was ich meine, ne? Äh. Heißt du? Was ich meine, du kleine... Einer ist gerade gestorben. Hey, bei mir wurde es nicht angezeigt. Warte mal. Oh, den war ich ja eigentlich. Ja, sie haben uns alle acht gelebt und jetzt noch sieben. Stimmt. In Irm. Ich weiß nicht, wo die andere sind, da ist das mein Problem. Ja, was das Problem ist, ist das, da könnte auch einer sein. Oh, da wurde geschossen. Oh, Leute, hier ist der... Oh Gott. Ja, da... Da hab ich doch gesagt, dass du die Welt bist. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Ich meinte, dass bei denen ein Lootjob ist. Dann stand der Busch nicht... Hä? Ich muss ja wissen, wie viele da drin sind. Hier. Safe? Ich hab mindestens drei gesehen und ich glaub... Die ballern aber, glaub ich, oder? Oh. Ist okay. Was ist denn, was passiert, wenn man nicht darauf achtet? Ich muss warten, bis die anderen tot sind. Ich will nicht von hinten auf einmal geballert werden. Oh, nein. Oh, nein. Ich will nicht von hinten auf einmal geballert werden. Das sind die, ne? Hm. Ach, es sind fünf. Die Echten. Die Echten, ja, wo du gerade einen niedergestreckt hast. Ja, ich hab aber eingetötet, das stimmt. doch der zimmer zu sein die müssen leise sein ach das ist nur einer chill mal ey jungs chillt mal chillt mal die sagen mal chillen stummen die sonst eben ja die sagen mal chillen ja chill mal bitte nein nein ja 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 Alter Vater Oh Laue Hahahaha Oh